Ich glaube, dass man als Läufer Dinge schaffen möchte, die nicht jeder schafft, ist dann auch probiert und wenn man sich anstrengt auch wirklich zum Ziel kommt. Und dann kann man auch stolz auf sich sein und sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, Günther, das hast du gut gemacht, auch wenn die Zeit nicht so bombig war, aber dabei sein ist alles. 2001 kam der Michael Littmann auf die Idee, einen Marathon zu machen, in Würzburg zu bringen und hat es dann mit Unterstützung von den ersten Sponsoren, die er gefunden hat, auch über die Bühne gebracht. Seit damals hat sich überwiegend geändert, dass wir keine bezahlten Läufer mehr in Würzburg haben und dieses überflüssige Geld, was wir dann haben, für unsere Streckenfeste in Bands usw. reinbringen, sodass auch die Würzburger, nicht nur die Läufer, viel Spaß an der Strecke hatten. Ich bin bis jetzt alle Würzburger mitgelaufen, das ist der 11., da habe ich Freistaat, nicht nervös noch. Aber es wäre ja schlimm, wenn man nicht ein bisschen nervös wäre, dann würde man ja nicht das Beste bringen. Wir haben Läufer, die schon 20 Mal dabei sind, auch schon teilweise über 80 Jahre alt sind, natürlich nicht mehr die Zeiten hinbekommen, die sie vielleicht hinbekommen wollten. Für mich hat sie ja eh noch nie eine Rolle gespielt und die sind jedes Jahr dabei, weil es einfach Spaß macht bei einer familiär geführten Veranstaltung wie die unsere mitzumachen. Ich habe mir den Peter geschnappt, denn der hat Jubiläum, Trommelwirbel, seinen 25. Marathon. In Würzburg zu laufen ist meiner Ansicht nach sehr erstrebenswert, weil wir eine sehr schöne Stadt haben. Die Laufstrecke ist gesäumt von schönen Kulturdenkmälern, findet man kaum bei anderen Veranstaltungen. Sicherlich gibt es Großveranstaltungen, Berlin, New York und so, die andere Reize haben. Aber als Stadt mit 100.000 Einwohnern ist Würzburg, glaube ich, die schönste Stadt zum Laufen in Deutschland. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gescheit, also 100% oder gar nichts, so ist meine Devise. So ist es schon in jedem Hobby gewesen, das ich gemacht habe. So war es beim Laufen gleich Anfang an ruckzuck zum Marathonläufer mutiert, in China gelaufen, in New York gelaufen, in Rekavik gelaufen, überall alles, was mir so richtig Spaß gemacht hat. Schnell wollte ich nie sein, ich wollte nur ankommen, wollte mitfeiern. Und dann kam der große Start in Würzburg mit dem E-Weltmarathon und man kann ja sehen, dass wirklich etwas Gescheites daraus geworden ist und da bin ich stolz drauf. Ohne Sponsoren gäbe es in Deutschland keinen einzigen Marathonlauf. Die Kosten sind mittlerweile so hoch für Zeitnahme, für alle Dinge, die man drum herum abspielt. Und wir in Würzburg sind besonders dankbar, dass wir so treue Sponsoren seit vielen Jahren haben. Ohne Ausnahme bin ich glücklich über jeden, den wir haben. Lauter tolle Menschen stehen dahinter, die uns mit Freude und Begeisterung unterstützen. Und vielleicht finden wir ja im 21. Jahr noch zusätzliche Unternehmen in Würzburg, die uns auch unterstützen könnten. Die Organisation beginnt eigentlich nach einem Marathon schon. Da analysieren wir immer, Mensch, was war denn gut, was wollen wir noch vielleicht ändern? Und richtig scharf wird es sozusagen ein halbes Jahr vorher. Mit vielen, vielen Dingen, die im Hintergrund passieren, was man hier gar nicht sieht und weiß. Und das, was man hier jetzt im Kongresszentrum sieht, das ist eigentlich das Ergebnis des Ganzen. Und es ist aber auch nur ein kleiner Teil. Wir haben hier auch schon die Zielverpflegung im Hintergrund, dass ihr euch das nur mal vorstellen könnt. Wir haben hier später 5000 Bier, 3000 Brezeln, die rausgehen. Wir haben 2000 süße Gebäckstücke. Es ist hier richtig, richtig was, wir sagen, vorbereitet. 3000 Menschen, die später hier auch im Truck duschen werden. Es ist organisationstechnisch ein riesen Aufwand, der betrieben wird, damit die Läufer hier später auch durchs Ziel und im Ziel ankommen. Danke sagen möchte ich natürlich euch allen, die ihr hier seid, meiner Familie, den Sponsoren, die uns seit vielen Jahren so treu unterstützen und mit Begeisterung dabei sind, den Behörden, der Polizei, den Rettungskräften und natürlich unseren Helfern und den treuen Läufern, die jedes Jahr bei uns am Start sind. Vielen Dank dafür! Das war super! Ich hab's gewählt! Ja! Ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.